Daniela Katzenberger präsentiert ihre Oberweite bei Instagram. Das ist erstmal gar nicht so ungewöhnlich, denn die Kultblondine zeigt sich gerne mal freizügig im Netz. Diesmal steckt hinter ihrem Post aber ein wichtiger Grund. Die Katze hat sich unters Messer legen lassen. Wie in ihrer Reality-Serie bereits angekündigt, ließ sie sich vom Schönheits-Doc ihre Brüste wieder neu herrichten. Laut Dani hatte ihre Oberweite nämlich ihre Form verloren und deshalb wagte sie trotz großer Unsicherheit die Operation. Zu dem Vorher-Nachher-Vergleich schreibt die 34-Jährige, darf ich vorstellen, meine neuen Katzenberge. Boah Leute, ich kann euch echt nicht sagen, wie mega glücklich und gleichzeitig erleichtert ich bin. Wie ich ja auch in der Sendung erzählt habe, ist das ja etwas, worüber ich schon sehr lange nachgedacht habe und dieser Wunsch ist schon einige Jahre in meinem Kopf gereift. Ihre neue Oberweite sehe nicht nur super aus, sondern sei auch ein Stück neue Lebensqualität, erklärt Dani. Wie geht's Commission ab? Ichո. As uncle. José Business Brandör Geräte. Werner Binnen und Weiseream. Mohammad proxim. Grazie. I an die für dich. Ich, Le cost. was.